Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem Foto- und Kinoanalogen Spaziergang. Heute werden wir über die Firma Siemens sprechen. Bitte keine Küchengeräte und keine andere sonstige Zubehör für die Küche und Haushalt. Die Firma Siemens hat auch Fotoapparate gebaut und gar keine schlechte. Hier habe ich die Siemens F2 von 1937. F2 heißt Filmkamera und zwar das ist die zweite Kamera, die produziert wurde. Die Kamera in dieser Ausführung mit diesem Multifokalsucher ist extrem selten. In dieser Kombination ist die Kamera sehr, sehr selten zu finden. Auf jeden Fall zurück. Die Kamera funktioniert mit einem Uhrwerk. Der wird aufgezogen, so wie sich gehört und dann läuft der Film ab, so wie viele andere Kameras. Die Kamera ist für 16 mm konzipiert, hat einen Stillstand und fünf verschiedenen Geschwindigkeitseinstellungen. Die Kamera kann auch eine Kassette, das sind nicht die Spulen, so wie man es kennt, aber mit einer Kassette. Und diese Kassette schaut so aus. Das ist für 16 mm und das Besondere ist, dass diese Kassette bleibt Eigentum der Firma Siemens. Wenn der Film abgedreht ist, muss diese Kassette an die Firma Siemens versandt werden. Sie nehmen den Film heraus, der Film wird entwickelt, neu befüllt und dann wird wieder an den Besitzer zurückgeschickt. Aber bleibt immer Eigentum der Firma Siemens. Und wenn man jetzt mal ein bisschen weiter denkt, die Firma Siemens war nicht neu in dieser Sache. Sie haben bereits 1901 begonnen. Der Theodor Petzold und der Carl Siemens haben damals schon das dreiflügelige Blende System entwickelt, wo mit dieser dreiflügelige Blende wird vermieden, bei Projektoren das Flimmern. Und dieses System ist bis heute in Einsatz. 1931 ist der erste Siemens Projektor entwickelt und produziert und 1932 ist eben die erste Filmkamera auf den Markt gebracht. 1938 hat die Firma Siemens auch Filmkameras gehabt mit Gummilinse. Gummilinse ist die alte Bezeichnung für unsere heutigen Zoom-Objektive. Wir hüsten einfach Gummilinse früher, weil sie so dehnbare Einstellungen konnten. Und 1960 ist die Filmkamera- und Fotokamera-Produktion eingestellt. Das war einmal mit Siemens nicht gleiche Geräte, nicht Waschmaschinen und andere Sachen, sondern einmal ausnahmsweise eine seltene Filmkamera. Danke fürs Zuschauen und der Filters hin bis zum nächsten Video.